Leben Sie auch mit dem Gefühl, Ordnung machen zu müssen und schaffen es einfach nicht. Das ist ein ziemlich blödes Gefühl, das ich von mir und auch von meinen Kunden kenne. Wäre es nicht wirklich toll, dieses schreckliche Gefühl endlich loszuwerden? Entdecken Sie die vier Ordnungstypen in meinem Webinar. Das wird Ihnen sehr helfen, denn endlich wissen Sie, warum Sie so sind, wie Sie nun mal sind. Und natürlich habe ich auch für jeden Typ eine Lösung parat. Wenn Sie also wirklich mehr Ordnung in Ihre Unterlagen bekommen wollen, buchen Sie jetzt sofort das Webinar. Mit viel Glück startet in Kürze ein Webinar und Sie können direkt teilnehmen. Also jetzt Ihren Traumtermin zum Webinar buchen und sofort mehr über Ihren Ordnungstyp erfahren. Mein Name ist Thomas Borchert vom Abenteuer Ordnung und ich freue mich auf Sie. Tschüss! 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 Vielen Dank.